Hey Leute! Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Hier zur weiteren How to Scout Video in InaSuma11.2 Freisturm, Eichsturm. Wir machen weiter mit den nächsten Spieler aus Diamond Dust, und zwar einer Verteidigerin. Ich habe mich für die Dame entschieden, die in der Verteidigung rumsitzt. Eine süße Dame natürlich. Und zwar ist es nicht... Ihr seht natürlich schon, wer es ist. Und zwar ist es hier clear. Und ja, da fucken wir nicht lange. 150. Nicht so teuer. Ich habe gehört, dass Klee irgendwo im Futschi-Wald ist. Ja, alle sind im Futschi-Wald. Ich weiß Bescheid. Gut, dann werde ich hier auch wieder mal für Klee den Standort hier im Futschi-Wald einmal zeigen, natürlich. Und ja, ist nicht so weit entfernt. Mal schauen, was sie für eine Anfahrung hat. Nicht hier rum, sondern hier oben. Eigentlich müsste... Genau, da wo Kieber nämlich stand... Müsste sie genauso sein. Bei manchen bin ich mir halt immer unsicher, ob die vielleicht rausgetriggert werden müssen. Jetzt haben wir hier nach unten. Und dann sind wir auch schon da. Und ist sie vielleicht da? Ja. Sie ist da. Wer bin ich? Was mache ich hier? Ich kann mich an nichts erinnern. Kann mir sagen... Kann mir niemand sagen, wer ich bin? Weißt du, wer ich bin? Sag es mir. Ich habe meine Erinnerung verloren. Aber was ist denn los? Wenn ich dieses Spiel... Fußball... Ja, Fußball. Wenn ich da spiele, dann kommt die Erinnerung wieder. Bitte lasst mich mit euch spielen, bis ich meine Erinnerung ganz zurück habe. Natürlich. Wir helfen dir. Auch wenn du ein Gegner warst. Ja. Damit haben wir auch schon die kleine Süße Clear mitgenommen. Und das war es auch schon. Wenn euch's geholfen gefallen hat, dann lass es mich wissen. Und wir sehen uns dann beim nächsten Spiel wieder. Also, bis dann. Ich mache es auch schon mal. Vorher, ich sage es- Ders Carlsen. Untertitelung des ZDF, 2020